Damit herzlich willkommen. Zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Boosdan. Wir spielen Atlas Fallen und sind ja als letztes Mal hier stehen geblieben. Da oben ist irgendwas, aber da kommen wir noch nicht hin. Wir haben dann hier noch den Amboss gefunden und ich würde jetzt gerne weiter in die Richtung laufen. Genau hier oben, hier sind auf jeden Fall noch einige Sachen. Genau hier in die Richtung, auch Richtung dem Siegeltotem. Okay, das scheint auch da oben zu sein. Keine Ahnung, ob wir da oben dann hinkommen. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um den Tocher. Okay, haben wir wenigstens zweimal gedodged. Und da hinten. Hat nicht ganz geklappt. So, letztes Adon. Nice, nice, nice. So, schauen wir mal, was hier ist. Es wirkt so, als wäre da oben auch ein Plateau, wo wir noch nicht hinkommen. Oh. Ostklinge. Hey, Trägerin des Gauntlet. Danke, dass du uns aus Castrum 7 rausgeholfen hast. Oh. Ja. Hey, Trägerin des Gauntlet. Danke, dass du uns aus Castrum 7 rausgeholfen hast. Okay, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was der Effekt war oder was der bewirkt. Ups. Naja, raufschauen will ich auf jeden Fall. Oh. Waren wir hier schon mal? Eher nicht. Oh, diesmal sind wir auch auf die andere Seite gekommen. Meine ich, ob das jetzt schon beabsichtigt war oder ob das einfach Lack war, dass ich da rüber gekommen bin. Erstmal ganz hoch und schauen, ob hier oben. Ja, ja. Kiste. Oh, Formel 19. Verstärkender Haken erhöht stark die Reichweite des Hakenangriffs der Sandpeitsche und belebender Knall. Wenn du einen Gegner mit dem Angriff Schlagen triffst, erhältst du eine moderate Menge an Leben zurück. Dieses Fakt kann alle 30 Sekunden... Ja, wieder was ist moderat und alle 30 Sekunden können wir nur ein bisschen leechen. Klingt jetzt nicht so strong. Gebe ich zu. Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen. Da hinten ist auch irgendwas. Nein, kommen wir noch nicht hin. Da hinten. Okay. Erstmal hier oben schauen, ob wir irgendwas sehen. Ja, das können wir noch nicht aktivieren. Ja, hier irgendwie so ein verlorenes Windsegel. Anwesender Priester. Okay. Ja. Ein weiterer Amboss ist in der Nähe. Spürst du ihn? Nö. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir hier... Ah, hier wird er sein. Aufpassen, dass wir hier nicht zwischen die... Oder in die Löcher reinfallen. Und dann geht's... ...echt tief runter. Ich frage mich, was dieser Ort war. Eine Art Tempel? Ein Versammlungsort? Das Land ist überseht mit solchen Orten. Denkmäler für vergessene Menschen, deren Rituale lange zu stark geworden sind. Sie könnten sogar mich hier einst angebetet haben. Meinen Namen in den Himmel rufend, um Hilfe bittend. Hm. Okay, wiederholt sich da leider. Ich glaube, ich habe gelernt, wie diese Essenzsteine hergestellt werden. Die Phantome kommen aus dem Sand, das ist offensichtlich. Aber sie müssen die Macht von Telos kanalisieren. Wenn ein Phantom getötet wird, gerät es manchmal ins Taumeln und die Kraft von Telos verdichtet sich zu einem Gegenstand. Und dieser Gegenstand sieht aus wie ein Stein voll jenseitiger Kräfte. Ein Essenzstein. Es scheint auch etwas mit der Größe eines Phantoms zu tun zu haben. Ich frage mich, ob die Essenzsteine, die ein riesiges Phantom hinterlässt, sich von anderen unterscheiden. Ich frage mich, ob ich da hinten am Horizont habe, habe ich den roten Strahl da gesehen. Ich vermute, da können wir erst später etwas machen. So, ich will gehen hier mal noch weiter nach oben, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, irgendwie unsichtbare Wände. Ja. Schon, schon krass weit oben, ne? Einten ist auch so eine Kuppel. Und das ist hier diese Kuppel, ne? Ja. Hier unten ist auch so eine Verbindung. Okay, krass. Das ist auch so ein Pain, ne? Also, ich will die ganze Zeit droppen, mich droppen lassen, um weiter unten angreifen zu können. Und das ist auch so ein Pain. Oh. Aufgegeben? Ja. Jetzt versuche ich noch die linke Seite von der Statue quasi wegzuknallen. Manchmal ist es echt sehr... Manchmal ist es echt sehr... Springen wäre nicht schlecht. Manchmal ist es echt so komisch. Warum... Warum... Warum nicht gleich so, ne? Da unten ist... Ja. Da unten ist das Totem. Ja, und in die Richtung wollen wir, ne? Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, oder... Dann kommt doch sicher wieder das Fliegevieh, oder? Ja. 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 Ich versuche gleich zu flüchten, weil, ja. Ach, das war es schon. Okay. Gut, damit haben wir das schon mal freigeschaltet. Ja, du bist ja nächst auf meiner Liste. Okay. 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 Dare. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war super knapp am Ende. Aber warum das Fliegeding auf einmal weg war, hab ich auch nicht ganz verstanden. Warum der dann wieder despawned ist oder keine Ahnung. War natürlich gut, weil mit dem Ding, da oben fliegt er, mit dem Ding wäre es wahrscheinlich deutlich schwieriger, nochmal deutlich schwieriger geworden. Die Frage, ob man hier hochkommt, wahrscheinlich nicht, ne? Das wirkte schon sehr steil. Okay. 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 Ja, ich versuche halt nebenbei die Augen aufzuhalten. Und vielleicht gibt's ja irgendwo Loot oder irgendwas. Oh, was ist das? Ach, das war hier das eine Totem, ja. Hier ist noch ein Perler. So, den werde ich mal aktivieren. Aber es scheint irgendwie Siegel zu sein oder irgendwas, die mit dem roten Faden gekennzeichnet sind. Es wirkt so. Es wirkt so, als müsste man dann zuerst irgendwas aufbrechen, damit wir irgendwas dann da im Zentrum, ne? Ist das schon oben oder was? Ah, das gehört schon. Okay. Ah. Irgendein Artefakt. Hier ist noch eine Kiste. Dann sind wir hier auch schon rum. Tagebuch-Eintrag. Ja, die Kiste sehe ich, das ist sicher ein Bait. Weiß nicht, ob ich da hochkomme. Was ist das? Ja. Ich bin, wie gesagt. Ich bin, wie gesagt. Ich bin, wie gesagt. Das war's für heute. Ja, 3, 4 mal den Parry nicht geschafft und Damage gefressen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich hab's versucht zu parryen, aber... Ja, nicht geschafft. Ja, ich hab's versucht... Ja, ich hab's versucht... Ja, nicht viel zu sagen, ne? Ja, ich hab's versucht zu parryen, entweder ich bin zu früh oder zu spät. So... Gerade das richtige Timing hab ich nicht drauf, geb ich zu. Ja, ich hab's versucht... Ja, ich hab's versucht... Ja, ich hab's versucht... Naja, ich höre gerade wieder neuen Shit. Naja, ich höre gerade wieder. Ach bitte, das ist so unglaublich. Und damit wieder zurück, weil gerade wie die erste Phase vorbei war, in der zweiten Phase, nachdem ich die Ulti gezündet habe, hat sich das Spiel leider aufgehangen. Also müssen wir jetzt nochmal ran. Schade, aber okay. Ich war zu früh, deswegen wollte ich noch schnell mal wegdashen. War nicht gut. So, erste Phase. So, jetzt geht's. So, Ulti. Ja, da müssen wir weg. So, jetzt geht's. 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 Oh, bitte. Die Ulti hat nicht funktioniert. So, jetzt geht's. 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 So. es ist so unglaublich es ist so unglaublich dass ich da nicht hinkomme ach ja und der hintere heilt den ich wollte den anderen finischen er hat ihn wieder komplett hoch geheilt oder was es kann es nicht sein dass die komischen fliegedinger dass du da keine zugrunde drauf bekommst zweimal hat er den komplett wieder hoch geheilt in der jetzt in der phase und der davor in der phase hat ihn ja auch schon wieder hoch geheilt gehabt so letzter trial und sonst mache mal mache ich was anderes natürlich ja 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 bevor er auf jeden fall nachspawned irgendeinen neuen shit das kann doch nicht sein ja 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 so jetzt wird die ulti bevor er seinen shit wieder castet so ja 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 ich rede jetzt gerade aus dem off zu euch weil irgendwie ist dann jetzt auch die mikrofonspur nicht da oder hat nicht aufgenommen ich weiß nicht warum genau auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden, euch die letzte halbe Stunde, damit ihr wenigstens noch ein bisschen was von meinen Gedanken mitbekommt was ja, was ich vorgehabt habe ich habe jetzt dann, ihr seht ihr ich habe den jetzt gedocht, weil immer ich glaube es ist jetzt zwei oder dreimal abgestürzt, immer wenn ich die Ulti gezündet habe, ist der einfach, ja keine Ahnung ob das jetzt ein Bug ist oder ein Feature auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden woanders hinzugehen ich bin dann nicht mehr rechts richtig so darunter gesprungen, sondern links da hatte ich jetzt noch das eine Item eingesammelt und ich laufe jetzt mal zu dem zu dem Marker oder ich versuche oder ich wollte in die Richtung laufen werde hier ein bisschen abgelenkt ich sehe, dass hier dass wir hier rechts rum auch laufen können genau, der Reisende ist da hinten in der Stadt aber da gehen wir nicht hin sondern ich sehe jetzt hier, dass hier sich nochmal ein riesiges Areal auftut hier sieht man nochmal die komischen Ketten da wusste ich noch nicht genau was es damit auf sich hat eine der Ketten, die die Sonnenuhr halten ein Symbol für Telos Macht nicht nur ein Symbol der Macht eine Manifestation ja mit dem NPC konnte ich irgendwie nicht quatschen ich habe es versucht aber ging nicht und die Ketten hatten wir jetzt schon zwei, drei Mal gesehen und jetzt gehe ich halt zu einer Stelle hin wo man das noch ein bisschen besser sieht ja wie und was es mit den Ketten auf sich hatten das sehen wir dann gleich dass da echt einige Ketten in Richtung dieses Zentrums ja aufgespannt oder montiert sind wir sehen es naja rechte Seite zwei und linke Seite wahrscheinlich drei Ketten kann auch sein dass ich da eine übersehen habe noch die vielleicht irgendwo anders hin ist und von da oben habe ich dann gesehen dass hier unten Loot war oder hier unten war irgendwas hier wollte ich nochmal checken ob wir so ein Splitter die Splitter werden ja nur in der komischen Ansicht angezeigt aber hatte ich nicht gesehen und hier oben habe ich dann gesehen dass da oben Loot ist oder meine Vermutung war dass Loot ist ich bin hier dann rüber geslidet und habe dann gesehen den ja den Mob und habe ihn erst mal gedodget habe hier das ja das Totem aktiviert und bin dann rüber oder ich ja ich wollte rüber so und das ist halt immer die Sache wenn es blind ist weiß man nicht wo der nächste Dings ist jetzt gehen schon wieder zwei drei vier Sekunden bis man sieht wohin wir laufen müssen und da sehe ich gerade dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin weil ich bin wieder zurückgelaufen von da wo wir her gekommen sind jetzt habe ich erst gecheckt dass wir darüber müssen also versucht umzudrehen darüber zu dashen und jetzt geht es dann hier den Berg rauf da oben sehen wir dass den nächsten Punkt vom ja von dem Siegeltotem den wir aktivieren müssen um weiter zu kommen und genau in der Sekunde wie ich oben angekommen bin war leider die Zeit abgelaufen hier bin ich dann gerade dabei gewesen nochmal zu checken wo war der Beginn weil ich hatte den Beginn nicht mehr gesehen ich wusste nur irgendwo in dem Eck war der Start vom von dem Siegeltotem aber da hier da wir hier wieder von dem Fliegevieh angegriffen werden versuche ich mich ein bisschen zu ja zu tarnen ihr habt es gesehen ich habe mich hinter den Steinen versteckt und in dem Moment ist der dann auch despawned hier finden wir noch ein Artefakt zu dem wir einfach so im Vorbeigehen mit und jetzt sehe ich okay hier unten war das Totem also geht es nochmal hin zum Totem diesmal kennen wir ja die ersten zwei Steps und diesmal springe ich nicht rüber sondern nehme gleich das Sandgleiten um schneller da rüber zu kommen um hier auch schnell den Berg wieder hoch zu kommen so den nächsten Punkt erreicht diesmal weiß ich dass es da rüber geht deswegen aktiviere ich das nur und kann schon loslaufen sind halt wertvolle Sekunden die wir uns sparen und die wir dann mehr Zeit haben dort hin zu kommen weil ich habe gesehen ja hier hoch springen kostet auf jeden Fall auch Zeit wenn du da einmal hängen bleibst ist es schon wieder nicht so geil aber wir haben es diesmal geschafft beim ersten Mal jetzt bin ich noch ein bisschen irritiert wo es weiter geht so meine erste Intention war wir kommen bis oben hin aber kurz nach rechts ausgewichen noch auf die Plattform gekommen da sehe ich den nächsten Punkt dann geht es hier wieder über die Schlucht rauf dann versuche ich hier über den Abgrund zu dashen schaffen wir auch diesmal first try und ihr seht der Strahl ist schon rot also wir sind echt knapp von der Zeit deswegen versuche ich schnell auf die andere Seite zu kommen um jetzt hier dann noch mal hoch zu springen kurz hängen geblieben aber geschafft so der nächste Step den bin ich wieder ein bisschen am suchen aber ich finde ihn hinter uns und da der zwischenzeitlich der Strahl ja schon mal rot war versuche ich hier gar kein Risiko einzugehen sondern wirklich ganz straight auf den nächsten Point zu den wir aktivieren müssen jetzt bin ich wieder kurz am am schauen in welche Richtung es geht ok es geht nach oben so dann hier auf die Plattform und damit haben wir dann auch dieses Rätsel gelöst wir holen uns noch die die Lootkiste ab ja Färbemittel mit den Einfärben der Kleidung haben wir noch nicht wirklich was gemacht hier gibt es noch mal einen Lock hier wollte ich mir jetzt die Sanduhr anschauen ja und wurden wir dann überrascht von ja so einem Panzerbrecher ich versuche natürlich erst mal die Ads hier wegzuholen den ersten schaffe ich beim zweiten ihr seht ich bin daneben versuche den zu treffen aber keine Chance jetzt habe ich alle drei Pairys geschafft das heißt die Panzergraube ist ja mal gestunnt in der Zeit nutze ich den einen Ad zu clearen zum zweiten kommen wir leider nicht weil er seinen Tornado zündet jetzt versuche ich hier wieder den Ad zu fokussieren bin aber zu weit weg komme auch nicht ran auch wenn ich versuche hinzudaschen so und jetzt versuche ich hier ihn wieder zu parrien ja hat leider nicht funktioniert auch nicht funktioniert und dann waren wir schon wieder tot also die Folge war echt irgendwie ja grenzwertig also sehr viele Höhen und auch sehr sehr viele Tiefen dabei ich weiß nicht irgendwie ja war der Hund oder ist der Hund in dieser Folge drin und damit ich jetzt nicht noch mehr rausschneiden muss deswegen gebe ich euch jetzt hier die Infos aus dem auf ich spreche das jetzt nochmal nach da ich es gerade aufgenommen habe weiß ich ja ungefähr was passiert ist ist jetzt nicht so viel Zeit verloren ich dort jetzt die Sanduhr weiß okay wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen leveln mein Ziel war es ja immer weiterhin noch Richtung der einen Stadt zu gehen auf dem Weg dahin finden wir das nächste Siegeltotem ja und hier habe ich schon fast geglaubt ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig weil ihr seht der rote Strahl ist schon da ich bin schon wieder am suchen wo es hingeht so ab zum nächsten der rote Strahl ist da aber schaffen wir zum aktivieren so jetzt wo geht es hin es geht dahin da hoch okay also auf und hier war schon ein bisschen am ja am hadern weil ich sehe wir müssen hier das Bauwerk erstmal hoch hieven und ich bin davon ausgegangen das schaffen wir auf keinen Fall weil das dauert immer drei Jahre bis hier die Plattform an Ort und Stelle ist aber aus ja aus Gründen schaffen wir es rechtzeitig das Ding hoch zu bekommen und hier noch das Siegel zu aktivieren so ihr seht ich bin wieder am suchen aber diesmal haben wir quasi den Vorteil dass wir schon gelöst haben das Rätsel wir müssen nur noch den Loot einsammeln so dann sind wir hier hier gibt es dann endlich mal wieder zwei neue Rezepte Formel 17 Kristallscheuche und Kristallheilung bei der Heilung ja ist halt immer die Frage wie was ist immer ein kleiner Teil und bei dem oberen Teil war mäßige ja da sind halt da wäre es irgendwie gut wenn man schreibt man hat eine 5% Chance oder 10% Chance oder 1% oder whatever aber mäßig gering ja mit den mit den mit den Verben kann man jetzt nicht wirklich was anfangen jetzt checke ich nochmal die Map da will ich eigentlich hin da wo der der blaue Macker ist und da geht es auch jetzt hin auf dem Weg dorthin treffen wir den nächsten Mob und zwar den Magma wie heißt der Magma Dörr ja ja und wieder so unangenehm die Fliege Viecher weil ich verstehe auch nicht warum man manchmal einfach nicht schafft die Distanz zwischen ihm und den Monstern zu verringern ich bin neben ihn und treffe ihn nicht ich habe mich wieder versucht ranzudäschen diesmal habe ich ihn aber erwischt so diesmal bin ich da raus gekommen hier kann man auch sagen ja nicht funktioniert aber aber relativ oft schaffe ich ihn zu parring hier und da schaffe ich es nicht das hat noch gezählt ja hier versuche ich wieder aus der Fläche raus zu kommen gerade noch geschafft ja der Perry hat leider nicht gesessen oder nicht hat nicht funktioniert hat 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 auch geklappt aber die explosion hat mich jetzt wieder raus gebracht und das ist halt wieder von den fliegedingern den ersten oder bei dem ersten habe ich zwei hits landen können und beim dritten hit fokussiert hier auf einmal irgendeinen anderen random dude keine ahnung warum und ich treffe ihn nicht und das komische fliegeding geht dann nicht down und das wird uns gleich auf jeden fall das genick brechen ja wir haben jetzt eine stampf attacke okay diesmal habe ich den flieger erwischt ja jetzt bin ich zu hoch ich komme nicht auf die höhe um seinen kopf zu treffen hier aktiviere ich nochmal unser heilfeld ja das ist das habe ich dann auch gemerkt wenn ich zu weit in ihm drin stehen und er macht seine attacke mit den mit den pranken rechts und links dann kann man sie nicht pairing da bin ich sehr sehr unangenehm auf jeden fall für uns ja zweimal geparrot ich warte hier gerade noch auf den dritten aber er greift nicht an jetzt aber in der Sekunde wie ich parrien will hat er hier hinten wieder sein Feld gemacht und ich habe den parrien nicht durchgebracht den ersten den zweiten schon so und da wurden wir dann zwischen den parries von dem anderen Fliegevieh erwischt und damit konnte ich zweimal wieder nicht parrien und das hat uns natürlich das Leben gekostet also nicht so geil ich verstehe auch nicht so ganz warum man manchmal die Fliegedinger ganz gut weg damage racen kann und manchmal isst man daneben und er haut daneben er ist irgendwie nicht auf der gleichen Höhe oder oder die 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 weg oder die die findung ist passt nicht ich verstehe es manchmal nicht zumal er manchmal auch ein zweimal drauf oder drauf haut und beim dritten mal oder dann auf einmal irgendwie in eine andere Richtung haut hier bin ich auch ich versuche den in der luft weg zu machen muss dann irgendwie den seine attacke parrien was ich nicht schaffe dafür sitzt hier der parry hier leider nicht ich versuche wieder heranzukommen der hat gepasst der parry immer wenn er dann versucht so hoch zu springen muss man vom boden runter kommen weil sonst vom boden weg kommen weil sonst hat man da echt probleme diesmal recht gut funktioniert alle drei paris haben gesessen und dann ist ich will nicht sagen easy game aber dann ist auf jeden fall dass wir damage machen können wir können uns quasi alles aufbauen gleich noch mal dreimal parry hintereinander so und hier kommt die ulti und ich weiß nicht warum oder ich hatte hier das gefühl irgendwie ist da kein damage angekommen kann noch sein dass ich mich da ein bisschen irre und dass schon damage angekommen ist aber irgendwie hatte ich habe ja hier ist wieder er hinter ihm und finisht uns ja und da ist es dann auch passiert es war halt echt mies weil wir erst vor dem vor dem marodeur mit den anderen fliegevieh gekämpft haben dann habe ich versucht den den erst zu parry hat nicht funktioniert habe ich zwei dreimal drauf geschlagen hab dann aber erst zu spät gecheckt dass der dahinter mit seinem laser durch ihn durchschießt auf uns drauf dann bin ich wieder nicht ich konnte nicht hinter ihm däschen und dann hat er seine sprung attacke gemacht und wir waren schon low und dann sind wir einfach umgekippt und hier ist auch wieder das parade beispiel ich komme an das fliege finis ran irgendwas fokussiert er aber ich komme weder an den marodeur noch an den fliege vier ran ich versuche dann dahin zu däschen funktioniert nicht ja hier schaffen wir ganz gut seine attacke auszweichen aber hier ist wieder das problem dass ich erst keinen zugriff auf auf das fliege team bekomme dafür hat hier der parry gesessen so und jetzt heißt es damage machen ja und so gesehen läuft es echt ganz gut ja parry hat gesessen nochmal und er ist wieder in seiner stase drin wir versuchen hier weiter damage zu machen so und jetzt kommen hier wieder seine ads und wieder den einen haben wir nicht geschafft zu finishen ich versuche jetzt ranzukommen ok diesmal haben wir es geschafft dabei konnte ich den seine sprung attacke nicht ja nicht ausweichen und diese auch nicht versuche ich noch schnell uns gegen zu heilen da wir sitzen jetzt die nächsten drei parrys und wir können wieder damage machen und das ist echt das beste fenster von ihm oder der angreif den kann man recht gut timen finde ich und hier wieder ich versuche mit dieser ulti damage zu machen komme gefühlt nicht durch mit meinem schaden die zwei fliege fiecher sind super nervig gerade der eine schießt auf uns der andere haut auf uns und genau in den fenstern wo wir zuschlagen kein zugriff der sprung attacke konnten wir ausweichen so und ich versuche wieder die fliegedinger da rauszunehmen komme aber irgendwie nicht ran ja und dann ist jetzt es kein zugriff auf die Fliegel Viecher ja und dann wird es schwierig wenn du dann permanent beschossen wirst du willst dann ausweichen und irgendwie habe ich das Gefühl ich muss die gefühlt damage raisen weil je länger die dort leben umso anstrengender wird das mit denen gegen die zu fighten und das macht dann null Spaß also ja und die schießen ja nicht nur sondern der eine mit seiner komischen Schwanz Angriffs attack ist super crazy dann die mit ihren komischen statischen feldern die da auf einen schießen der laser also so viele nervige attacken so den ersten konnten wir relativ schnell finishen den zweiten auch so jetzt versuche ich mich wieder auf den maradeur zu konzentrieren und ihn hier zu parrain da habe ich kurz gewartet ob er noch einen dritten attack macht hat er aber irgendwie nicht gemacht so also ran wieder an den speck ja und da zweimal nicht geparriert er kommt mit seinem schlag durch und wir sind natürlich down also super ärgerlich super super kurzer fight eigentlich so und jetzt hatte ich dann langsam auch die 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 ja war ich dann schon etwas bedient weil die folge lief echt sehr bescheiden bis zu diesem zeitpunkt und ich bin jetzt nochmal hin wollte es eigentlich nochmal wissen und komm hier an mach ein bisschen damage und in der wieder die fliege ich bekomme keinen zugriff drauf und jetzt musste ich dann schneiden weil in dem moment das spiel abgestürzt ist und ja ich laufe jetzt nochmal hin zum maradeur wollte erst hier ihn nochmal fighten hab 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 aber irgendwie gemerkt ja ich hab irgendwie ja ich sehe es ich hab wieder keinen zugriff bekommen obwohl ich hier vor dem rum tanze wie so ein wie so ein wie so ein frosch keine ahnung ja und wir bekommen halt nur damage rein und dann hab ich gedacht ja okay pfeift drauf ist heute nicht unser tag die folge ist eh schon bescheiden und komm wir lassen es gut sein wir machen jetzt mal was noch was anderes ich wo der händler ist und jetzt hab ich hier hinten das den fliege das fliege monster mit dem drachen verwechselt den den schimmerschweif und hier realisiere ich das ist ja falsch warte mal der drachen war doch wo anders und jetzt sehe ich okay der drachen ist ja nicht hier sondern hinten bei der bei der Mauer also umdrehen darüber laufen weil ich hatte jetzt echt keinen bock mehr mit mich mit irgendwem anzulegen und so fighten so und da sehe ich den drachen links ja links überhalb der Mauer also war zuerst mein intention der steht hier irgendwo auf der linken seite von der wand hab dann aber realisiert nee nee der weht halt nur so weit rüber der steht innerhalb der Mauer also springe ich hier hoch hier nehme ich noch mal ein bisschen loot mit zack dann checke ich erstmal die umgebung hier nehme ich noch den Tagebucheintrag mit und dann versuche ich oder meine Intention war vielleicht gibt es hier irgendwo in der Nähe einen Amboss den wir kurz aktivieren können damit wir später dann das Schnellreisesystem verwenden können aber ich realisiere relativ schnell dass hier kein Amboss ist also gehe ich zurück Richtung Händler als erstes spreche ich nochmal mit der Wache also hier vor dem Tor ist noch so eine Stadt Wache genau okay dann heißt kurz quatschen Dreh dich um und schau nach Südosten es ist auf dem Hügel dort bei den Sonnenblumenfeldern wie komme ich zum Anwesen der Priester Dreh dich um und schau nach Südosten es ist auf dem Hügel dort bei den Sonnenblumenfeldern die Sache habe ich mir dann zweimal angehört gut gut dann haben wir das geklärt was er zu sagen hat wir sollen auf jeden Fall irgendwelche Feuer entzünden wir sehen jetzt unten im Süden den gelben Marker da ist dann der nächste Step der Quest ich versuche hier nochmal zu schauen ob es nicht doch irgendwo ob ich irgendwas übersehen habe aber es wirkt nicht so also quatschen wir mal mit dem Händler ich kaufe auf jeden Fall mal die Kraft Feldruhne Essenz von ihm und ich kaufe auch sein Amulett was er aktuell im Handel hat und als nächstes verkaufe ich ihm alles was er wo er mehr zahlt als andere Händler das klicke ich jetzt dann klicke ich jetzt einfach mal durch ist ja ein bisschen schade dass er immer die gleiche Voiceline rausschmeißt ja und damit habe ich ihm meist mal alles verkauft wo er mehr zahlt als andere Händler und dann wollte ich mich mal auf den Weg machen in die Richtung des des Markers damit wir mal checken wo es jetzt überhaupt hingeht ich check das jetzt hier nochmal auf der auf der Map und dann ja kurze Orientierung dann geht es schon los und hier oben sehe ich über dem Kopf hier check ich das nochmal nochmal so ein Siegeltotem ja und das ist dann auch mein nächster Weg weil das auch in die ungefähr in die Richtung vom vom Quest Marker ist springe ich jetzt hier rüber und aktiviere erstmal das Siegel so kurz checken wo es hingeht also ja schade dass es jetzt komplett in die andere Richtung wieder geht aber okay wir laufen jetzt dorthin oder wir aktivieren das jetzt hier seht das strahl ist kurz rot schon also kurz bevor wir angekommen sind rot geworden das heißt für mich okay wir müssen uns echt beeilen wir sind schon ein bisschen behind deswegen versuche ich hier an der seite entlang hoch zu jumpen so und dann hier rüber ich sehe schon dass ich mit den dashes nie bis rüber komme also versuche ich hier am fuße des gipfels zu landen und dann hier hoch zu springen da ich schon weiß wir sind behind ich kurz orientieren in welche richtung wir müssen es geht sich gut aus dass wir rüber kommen hier bleiben wir kurz hängen aber kein problem kommen wir rauf so und dann heißt es hier rüber döschen so ich sehe dass nach oben geht und entscheide mich dann hier für den weg den wir in zwei folgen freigeschaltet haben nehme ich jetzt den weg hier nach oben und ja das ist hier dann auch der letzte punkt den wir aktivieren ich hole jetzt noch den loot hier unten und würde mich dann bedanken für es dabei sein und hoffe wir sehen uns dann einfach in der nächsten folge und danke fürs dabei sein bis zum nächsten mal servus